... hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt, Frau Gräfens, ja. Aber Ihre Tochter wird seit Montag, Mittag dieser Woche vermisst. Wir haben jeden Grund anzunehmen, dass hier was passiert ist. Dramatische Auftritte sind nun mal Meikes besondere Stärke. Das hat sie von ihrem Vater. Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Coratabank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon... Hey, ich bin Stella. Ich habe mich gefragt, ob du mal Lust hast, mit mir und meiner kleinen Tochter mal einen kleinen Ausflug zu machen. Du hast nur Tochter? Ja klar, warum nicht? Wie besser am Sonntag? Ja, klar. Ja, klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020